Musik Hallo, guten Morgen, äh, guten Abend jetzt. Wir haben schon wieder eine richtige Frage für Sie, berühmter junger Mann. Chips, Chips, Chips. Später, danke. Das ist jetzt aber mit drauf. Warum die Achsel, da kriegen keine Haarsplisse? Weil die ja nicht so sehr Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Richtig. Und da kommt zum Beispiel wenig Sonne dran und so und deswegen passiert das da nicht. Gut, gut, ich bin stolz auf dich. Danke. Tschüss. Und die Achsel hat keine Haarsplisse. Ähm, ich denke mal, weil die nicht so sehr den Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Da kommt ja ein wenig Sonne dran und so und da, äh, passiert das da nicht so. Wow, junger Mann, du bist ein richtiger Mann. Sehr gut, sehr gut. Hochhand für dich. Danke. Danke. Danke.